Oder was kommt jetzt für eine Ausrede? Wieso Ausrede? Ich brauch keine Ausrede. Du brauchst mal ein bisschen Hirn. Dass ich hier das Land verpeste und sag mal, merken Sie noch was? Was fressen Sie denn eigentlich? Ich esse Salat aus biologischem Anbau, weil man den scheißig hier macht. Und wo kommt das her? Das Wasser ist überall. Und überlegen Sie mal, was... Was baut ihr denn hier an, hä? Ja krass, sehen Sie doch. Ja krass, wofür? Ja für die Kühe. Ja für die Kühe, kein Mensch braucht Milch. Ja sie vielleicht nicht. Und Ihr Salat, wie wird der denn gedüngt? Nicht mit Gülle. Wie denn? Was wie denn? Es gibt nur Kunstdünger, auf Ihre Art und Weise, oder Gülle. Quatsch, so hohl bist du. Mach dich mal schlau, wachs mal, guck mal einfach ein bisschen über den Horizont. Ja was, was, was... Kein Mensch braucht das, was ihr produziert. Ihr macht alles kaputt, schneid ihr das nicht. Ja mach ich ja sein. Komm mal runter, zeig mal deine Kiepel von deiner Milch und, was weiß ich, Fleischfresserei. Sind deine Kinder auch schon zu dick, ja? Wo kommt das denn her, einfach so, weil die Leute sich ach so gesund ernähren? Was für Vollpfosten, ne? Du Mann hier weiter, na und irgendwann kannst du sagen, oh ich hab hier alles zu Schatten geritten mit meinen ehrenwerten Bauernkollegen. Drecksbande seid ihr, alle zusammen. Und das muss ich mir jetzt von Ihnen so gefallen lassen? Das ist mir scheißegal, was du dir gefallen lässt, ehrlich. Wenn du die Wahrheit nicht aushältst, dann komm mal runter... Ja, wo kommen sie denn überhaupt her? Wo ich herkomme, bist du beklagt oder was? Ja, wenn ich ihr Kennzeichen sehe, jagen sie hier in einer halben Weltgeschichte rum. Mein Kennzeichen? Woher weißt du, dass das mein Kennzeichen ist? Ja, weil das ihr Autos, was da vorne steht? Ich muss mein Auto nicht ummelden, bloß weil ich mal irgendwo anders wohne. Wenn du mal von deiner scheiß Scholle runterkommen würdest, dann würdest du vielleicht auch mal was mitkriegen, was in der Welt los ist. Aber nur am Tisch sitzen und zu sagen, oh wir kriegen wieder zu wenige Geld für die Milch. Ja, eure scheiß Jammerei, ihr Mistlappen. Ja, und noch ein paar Kühe quälen. Ja, es wird eine Kuh in deinem Stall mittlerweile noch. Ja, ich habe jetzt genug auf...